Was ist schon gedrückt? Ja. Was geht ab Fitnessfreunde? Ich fahre jetzt zum Training. Wird kein aufwändiges Video wie sonst immer. Ganz normales Beintraining auch mal wieder lange nicht mehr gezeigt. Was heißt Beintraining? Bei mir ist es ja Unterkörper, Beine und Bauch. Ja ich war tatsächlich krank. Zum ersten Mal seit langer, langer Zeit hat es mich erwischt und ich hatte irgendwie schnupfen, husten und so und war drei Tage dann nicht beim Training. Jetzt geht es wieder los. Deswegen nicht zu hart einsteigen, weil man soll sich ja noch ein bisschen schonen. Naja jedenfalls ich will nicht lange schnacken. Viel Spaß bei dem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017